Wow 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 wow, hallo und herzlich willkommen bei meinem Let's Play Gelben Edition hier mit meinem Pikachu an der Seite. Nein verarscht, das ist ein Pokémon Trainer. Ein Bescheuerter, der mich beim letzten Mal verarscht hat. So, ähm, zur neuen Aufnahme-Session. Ich hab jetzt mal eine Session gestartet. Ja, Session heißt, ich hab ganz ganz viele Folgen wieder, ähm, weil meine letzten unglücklicherweise abgestürzt sind. Und ich hatte zum Glück im Eifer des Gefechtes einmal alle F-Tasten mit Safe Stats belegt. Deswegen bin ich gerade ganz kurz vorher gewesen. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob wir die olle Thuse da oben umgelegt haben. Die werde ich nämlich jetzt umlegen. Äh, da kommt ein Gegner. Und da kommt, ihr könnt ja schon die erste Änderung sehen. Oh mein Gott, ich hab ein Vogel Level 15. Das kann Konfusion, das ist geil. Aber nicht nur das, ich hab auch noch ein paar andere Pokémon jetzt in meinem Team. Ich hab ein Vogel. Ich hab mein Standard-Standard-Vieh. Ich hab ein Riolu. Jetzt Level 17. Das kann. Summary. Ähm. Ja, könnt ihr euch selber durchlesen. Auf alle Fälle kennst du jetzt Shadow Ball. Warum ich Shadow Ball genommen hab, keine Ahnung. Ich liebe diese Attacke und ich wollte sie so schnell wie möglich haben. Und die gab's halt als TM. Und dann hab ich jetzt dieses Vieh mit Sonic Boom. Perfset, Zwift und Watergun. Dann hab ich mein Elektro-Pokémon. Ich hab euch erzählt, jedes Pokémon bei mir, jedes Elektro-Pokémon, es muss immer eins geben, das Edison heißt. Hier ist es, mit diesen tollen Attacken. Die werdet ihr gleich bei der nächsten Arena-Leiterin sicherlich auch erkennen. Und wie auch immer, wir stellen uns jetzt erstmal neben diese wunderschöne Frau hier, die komplett hässlich aussieht, wie ein Pokémon! Da sind die Zeilen ein bisschen verrutscht. Egal. Was macht man gegen einen Pikachu-Level? Ich warne dich. Und es hat mich nicht paralysiert. Yeah. Konfusion gegen ein Charmander. Wow. Das war jetzt ein spannender Kampf. So. Jetzt haben wir dieses Mädchen besiegt. Ich weiß nicht, was es damit auf sich hat. Aber scheiß drauf. Ach, apropos Mädchen besiegt. Wir haben keine Pokébälle mehr. Nicht, dass das irgendwas mit dem Thema zu tun hat. Aber wir haben keine Pokébälle mehr. Und wir können auch nichts verkaufen. Von daher müssen wir jetzt Arena-Menschen umbringen. Und das können wir jetzt nämlich tun, weil wir haben gerade diese Frau besiegt. Hui. Zu Info, ich habe überhaupt nicht mehr wirklich weitergespielt. Und da ist der erste Gegner. Und... Ups, ich habe noch das Vieh draußen. Hm. Ich glaube, dann level ich das jetzt mal hoch. Und es gibt ein Level Up. Oh, ich dachte, das macht jetzt schon... Kriegt jetzt schon das Level Up. Schade. Hätte ich irgendwie gehofft. Hm. Was nutze ich denn jetzt mal? Ihr wollt doch sicher... Oh, das muss nicht noch hochgelibelt. Es ist noch nicht level 17. Da will ich es nämlich haben. Oh ja, stimmt. Das ist nicht so effektiv dagegen. Pokémon. Und da kommt nämlich jetzt das Riolu. Oh, verdammt. Mit Shadow Ball. Ach, Manu. Jetzt wollte ich Shadow Ball einsetzen. Fick dich. Ich habe nämlich jetzt mehrere Attacken gegen Psycho-Pokémon. Weil ich weiß, dass die Arena-Leiterin ein Psycho-Pokémon hat. Ich bin noch bis zur Arena-Leiterin gekommen. Danach hat sich mein PC nämlich verabschiedet. Yay. Nein, also was mein PC gemacht hat, ist... Er hat... Wollte unbedingt Updates installieren. Ganz, ganz dringend. Ich habe einen Windows-PC. Und... Er fand das so enorm wichtig. Moment, jetzt muss ich das umstellen, weil... Dafür habe ich ja... Er fand dieses Update so enorm wichtig, dass er das direkt sofort machen wollte und deswegen erst mal meinen PC runtergefahren hat. Ohne meine Erlaubnis. Das heißt, ich war mitten im Spielen drin und dann machte es nur noch... Und die letzten paar Aufnahmen waren am Arsch. Mein PC war runtergefahren. Und ich hatte keinen Bock mehr. Da ich davor auch schon wenig Bock hatte, war das denkbar. So, wie auch immer. Ich habe mir die Sachen jetzt zurückgeholt und... Ja, gegen dieses erste Vieh ist natürlich ein wundervolles... Eine wundervolle Elektro-Attacke. Richtig klasse. Weil das Vieh ist ein Wasser-Flug-Pokémon. Dann tut das weh. Ich will das natürlich jetzt wechseln. Ich wollte nämlich jetzt meinen Riolu ein bisschen leveln. Huch, hatte die nicht immer ein anderes Pokémon? Ähm... Shit. Ups. Hatte die nicht immer ein anderes Pokémon? Bin ich mir nicht mehr sicher, aber... Wie auch immer. Sie wird jetzt ihren üblichen Heilungs-Potion einsetzen. Kann mir aber egal sein. Okay. Ich dachte immer, sie hätte die Weiterentwicklung von dem Vieh, das ich... Von hier... Meinem Vogel. Also, das Vieh hat eine Weiterentwicklung und ich wollte kein langweiliges Taubsee. Ich kann euch mal zeigen, was ich noch gefangen habe. Kurz auf der... Bank, genau. Die liegen auf... Sind auf der Bank abgelegt worden. Richtig, David. Ähm... Kurz mal meine Pokémon heilen. Ja, ich habe nur 5, weil momentan hatte ich noch nicht die Notwendigkeit mehr zu haben. Ähm... Move-Pokémon. Also, ich habe jetzt dieses Vieh nochmal. Fand ich langweilig. Ich habe dieses Vieh. Das ist ganz süß. Ist aber ein Käfer-Pokémon. Und Käfer-Pokémon sind zwar eigentlich meine Lieblings-Pokémon, aber ich hasse es, Viecher von Level 3 hochzuleveln. Beziehungsweise von Level 2. Und dieses Ding heißt Ding. Das heißt Domme. Entschuldigung, Domme. Ich habe dann später bemerkt, es ist weiblich. Dann, ja. Dann habe ich noch ein Shellos. Das habe ich in der Wiese gefunden. Und das Ding ist aus irgendeinem Grund auch in der Wiese gekommen. Das ist die Weiterentwicklung von dem... Ähm... Von der blauen Ente, die ihr vorher gesehen hattet. Zur Erläuterung. Und wenn man ganz... Ja, ich kann mir nur einen Pokémon kaufen. Schade eigentlich. Ähm... Wenn man ganz, ganz lange hier oben in dieser Wiese... Wiese... In der Wüste, genau. In dieser Wiese trainiert. Oh ne, Wüsten wird es auch noch geben, wette ich. Ja, wenn man ganz lange in dieser Wüste trainiert. Wiese. Verdammt. Oh, ein Trossler. Ähm... Ist jetzt nicht unbedingt mein Pokémon. Ähm... Gut. Jetzt bin ich voll aus dem Konzept, genau. Wenn man ganz lange da oben trainiert, dann kommt ein ganz spezielles Pokémon oftmals... Alter, jetzt nervt mich der Typ. Was will der von mir? Oh ne, ich mag Evolies. Evolies sind toll. Weil Evolies haben ganz, ganz viele Entwicklungen. Pokémon mit ganz, ganz vielen Entwicklungen sind immer cool. Verständlich. Und ein Schicki. Und, ähm... Ja, anscheinend ist es so, dass man in den Wielen ganz oft rumrennt, dass dann... ab und zu Pokémon kommen. Ist zum Teil wie in der gelben Edition. Wo ja auch vor dem ersten Arenaleiter konnte man sich ja, wenn man ganz lange unten in den Wald rumgelaufen ist, zum Beispiel das Tauburg, äh, holen, das sich später zum Tauboss entwickelt hat. Habe ich mir natürlich geholt. Ich mag Tauburger. Aber ich werde es jetzt nicht in dieser Edition nehmen, weil das wirkte relativ ähnlich. Und dann war mir das zu schade. Was ich jetzt machen werde, das sieht nach einem Doppelkampf aus. Oh, da würde sich ein Perdobeer freuen. Aber nicht ich. So. Ich werde jetzt gegen das Vieh das einsetzen. Und Shadow... Ne, geht ja nicht. Karate gegen das. Und damit habe ich natürlich sofort gewonnen. Oh, und da ist noch ein Trainer. Das wusste ich jetzt nicht. Bin ich reingerannt. Aber, wie es der Zufall so will, hat ein kleines Pichu heißen die Viecher. Ich kann mich langsam aber sicher wieder an die Namen erinnern, seitdem ich ein bisschen durch Beezerfans gescrollt habe, weil ich mich über einen neuen Pokémon informieren wollte. Deswegen weiß ich auch, welche Entwicklung dieses Pokémon hat. Und ein paar Namen habe ich jetzt wieder drin. Sind aber wirklich immer noch sehr wenige. Muss ich gestehen. Schande über mich aber ist halt so. Gut. Die Trainer sind bis jetzt immer noch kein Problem für mich. Ist auch gut so, weil... Sonst würde ich mich ein bisschen ärgern. Ich überlege gerade, ob ich in die Höhle gehen sollte und mir ein Stein-Pokémon fange. Aber da ich momentan nur einen Pokéball habe, lasse ich das, glaube ich. Oder was ist in dieser Höhle? Uh. Pokémon. Das sind doch sicherlich Wasser-Pokémon. Das sind nicht nur Wasser-Pokémon. Ich bin weg. Ähm. Ja, da werden wir vermutlich später reinkommen. Also ein Zubert-Level 32 fand ich jetzt noch für... ...meine Spielweise... ...dann doch ein wenig übertrieben. Tut mir leid, aber so... ...toll spiele ich nicht, dass ich sowas hinkriegen würde. Und... ...ja, von daher... Die dreht sich. Ja, ich will gegen dich kämpfen. Ich brauche Erfahrungspunkte, um mein Vieh weiterzuentwickeln. Entwickelt sich's jetzt weiter? Schade, entwickelt sich nicht weiter. Komisch. Ich hatte das jetzt irgendwie gehofft. Jetzt rennt er so blöd rum. Egal, durchkreuzen wir... Oh, verdammt. Durchkreuzen wir seinen Weg. Oh, jetzt habe ich seinen Weg endlich durchkreuzt. Und wir töten dieses Taupsi. Und wir töten das Mankey. Ja, gut. Da ich früher mal unregelmäßig gemacht habe, habe ich mir jetzt mal einen Tag genommen. Also einen halben Tag, um ehrlich zu sein. Und habe einfach mal Massen aufgenommen. Also werde ich jetzt. Und... Beziehungsweise... Zum Großteil wird dieser Tag morgen sein. Heute muss ich noch was erregeln. Weil ich mit einem Freund wieder dank der Rolle der Auferstehung WoW angefangen habe. Und... Jetzt ein bisschen Spaß wieder da herangefunden habe. Ich frage gleich den Stein der Weisen hier in der Stadt. Nach dem Weg. Erstmal gehe ich jetzt zum Pokémon Center und habe ich meine Pokémon. Oh, verdammt. Das war jetzt zu früh. Ja... Man merkt, eventuell, ich rede heute ganz viel, ohne einen genauen Plan dazu haben. Von zu haben, was ich gerade sagen will. Kapador. Nein, ich will die nicht tauschen. Ich will das Vieh jetzt hochkriegen. Und das geht bei Kapador. Level 4. Was will ich damit? Ich würde eigentlich gerne einen Angel haben. Damit ich mir selber einen Kapador holen kann. Ach, das war dieser komische Wasserwettbewerb. Der ist... Den verstehe ich nicht. Den gucke ich mir irgendwann mal an, wenn ich Lust hat und Zeit da habe. Ich könnte mir zwei Pokébälle... Ich kaufe mir lieber zwei Pokébälle, weil... Ich kann ja vorher speichern. Und dann kann ich mir... Ich habe jetzt gerade auch mal gesichert, wie man da unten sieht. Dann kann ich mir das nochmal holen. Moment, ich gucke jetzt mal. Ich glaube, wir sind jetzt gerade... Nepp. Oh, okay. Also wir müssen jetzt wirklich den besiegen. Der sieht nach einem Wasserkampf aus. Ähm, der ist nicht da. Gut. Ach. Sagt er uns jetzt nicht mehr viel an? Schade eigentlich. Hm. Wo gehe ich denn dann rein? Ist der dann hier vielleicht drin? Ne. Wird er vermutlich auch nicht sein. Das ist hier unwahrscheinlich. Wow, mitten in der Stadt. Okay, das kommt überraschend. Aber, meinetwegen... Ich will sowieso noch läppen. Genau, dieses Marihuana... Ne, Marihuana. Keine Ahnung. Auf alle Fälle, dieses Tierchen... Ähm, war auch noch in der... In der Zone vertreten. Ähm, in der ich war. Als... Ich denke, das sind dann Ra-Drops. Schieß mich tot. Keine Ahnung. Oh, Nianna. Ähm... Auf alle Fälle... Habe ich da leider keine Poké-Belle gehabt. Also habe ich dieses... Liebe... Guck mal, das sieht aus wie ein... Tier... Tierchen mit Augen. Ähm... Auf alle Fälle habe ich das dann dafür genutzt, um ein paar Level-Ups zu kriegen. Ich, Unmensch. Aber was sollte ich machen? Ich hatte keinen Poké-Ball. Außer Geschwindigkeits-Cheat... Nutze ich ja keinen. Ehrlich. Und Speedhack, versprochen. Den braucht man einfach. Ähm... Ich gehe nochmal zurück. Regeneriere kurz die Dinger hier. Meine Poké-Pokémon. Ähm... Hier ist noch ein Haus. Oh, ein alter Mann. Ich mag eigentlich alte Leute. Alte Leute sind cool. Ich weiß jetzt nicht, wie... Ach genau, weil ich... Oh... Ich glaube, ich gerade mit einem alten Pokémon-Mann schon geredet habe. Aber alte Menschen sind wirklich cool. Also mein Opa zum Beispiel. Meine... Andere Oma ist ein bisschen komisch, aber... Mein Opa ist cool. Hm. Heißt das eventuell, dass die in... Da wieder ist? Dann gehen wir doch mal zurück, oder? Hm. Komisch. Ich weiß jetzt nicht, wo ich suchen soll. Egal. Wir bewegen uns hier nicht auf der Stelle. Wir machen konstruktives Leveln. Wir könnten das doch nicht auf der Stelle bewegen. Als ob ich mich in diesem Spiel nicht... Wie in meiner Westentasche auskennen würde, ne? Ach, Schwachsinn. Diese Pokémon, die sind ja sowieso alle One-Hit-Kill. Von daher ist das ja auch... Ehrlich nicht unbedingt so das Problem. Und nein, ich nutze keinen Schutz. Alles, was mir hilft, meine Pokémon zu leveln, ist gut. P.P. ab. Okay. Sehe ich an. Ich glaube, sobald ich in die Stadt gekommen bin, setze ich... Ups. Einen kurzen Cut. Und dann... Mache ich erst in der nächsten Aufnahme weiter, weil ich muss das ja auch für euch ein bisschen trennen. Und ich hoffe, ich kann das dann so machen, dass das nicht so zackt wird. So mitten im Satz breche ich dann kurz ab. Und... Ja, das wäre ja schade. So will ja kein Mensch. Oder will das jemand? Nein, das will niemand. Konvulsium. Dieses komische Hasentierchen habe ich übrigens nirgends gefunden. Also alle anderen habe ich schon gefunden. Alle anderen Pokémon irgendwo. Aber dieses Hasen... Monster. Das ist wohl eine Selbsterfindung von dem Liebentwickler. Oh, das ist ein schönes Vieh. Oh. Das ist ein böses Vieh erstmal. Hm. Was mache ich denn dagegen? Ups. Jetzt habe ich... Eigentlich wollte ich die Attacke einfach mal einsetzen und gucken, was passiert. Ich glaube, das ist jetzt Guardian Town, oder? Ja, das ist Guardian Town. What? Wieso wollen jetzt gerade alle ein Battle mit mir? Bin ich so famous? Oh, ich wollte doch hier Schluss machen. Oh, mein Vogel hat Teleporter erlernt. Kann ich wenigstens immer wieder schnell zurückreisen? Das ist auch gar nicht so schlecht. Das ist ein bisschen besser aus. Hm. Da dürfte sie ja dann drin sein. Nein, da ist sie aber nicht drin. Komisch. Oh, gute Anweisung. Frau. Und Speedtech benutzen. Unnötig große Brücke. Äh. Unnötig große Brücke zurück. Und da sind Siegel. Ähm. Okay, ich würde sagen... Dann lasse ich das für diese Aufnahme mal sein. Und wir sehen uns dann vermutlich morgen wieder. Also für euch. Oder wie beim Morgen. Äh. Je nachdem, wie ich es hinkriege, mit meinem PC zu rendern. Und dann nehme ich jetzt gleich vielleicht noch eine Aufnahme auf. Auf alle Fälle morgen. Ganz, 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 ganz doll. Viel. Und mit viel Liebe. Und so. Und dann werde ich auch einen Plan vielleicht mal drin haben. Dann überlege ich mich heute Nacht mal ganz früh hin. Guck den Stern zu. Ne, das geht gar nicht. Ich gucke dann auf die Decke. Guck meinen imaginären Sternen zu. Und überlege mir. David. Das musst du dringend machen. Sonst sind die Einhörer, zwei Hörer, die dich gucken und sehen und hören. Ne, mich sehen ja nicht. Ähm. Mich hören und gucken. Die könnten ja dann eventuell etwas erbost sein. Ah. Ja. Und da ist noch mein letztes. Oh, die ist Level 18. Die Frau ist cool. Die hat's drauf. Poco. Moment. Ich kann doch. Das ist doch eine Vogelattacke. Ich wollte das sagen. Ich hab dazugelernt. Äh. Vogelattacke. Alter. Die macht mich fertig. Aber wenn die mich fertig gemacht hat. Dann. Kann ich. Setz dich dann ein. Dann kann ich mein. Und das macht dann einmal Amber. Und dann stürzt. Und dann kriegt mein Chimantin da ganz, ganz viel EP. Ne. Geschickt. Und ein bisschen dreist. Aber egal. Bis zum nächsten Tag. Nächste Aufnahme. Äh. Sonst was. Bis zum nächsten Tag.